Sport Mal gucken was ich jetzt sparte 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 Was für ne schwarze Hast du ein Chicken Horse? Nein Ah ne geht das überhaupt mit Family Share Ich weiß jetzt nicht ob dieser Trick funktioniert Ich hab dieser Dreck Dieser Trick Nicht Dreck Achso Dieser Dreck Ah hab ich jetzt erst gecheckt Bulky Marte Chicken Horse Ich hoffe wer verlieren hat Ich hab ja keinen Bock mehr Und zwar bruch ich das Fenster Ja das musst du mal machen Ja das hab ich doch mal gemacht Jawoll Ich glaub schon verliere So jetzt brauche ich natürlich wieder Tötsch Und muss das alles umändern Jawoll ja Und verloren Wenn ihr jetzt was anderes spielt dann kann ich ja jetzt noch einen Ring in starten Ok Ja warte 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 Oder wie siehts aus Lass du eins gegen eins wieder machen Nein 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 Du brauchst meinen Boost doch jetzt nicht Na nur weil du verloren hast 3 mal Ja komm Also meine Leistung war am Anfang wirklich nicht schlecht Ja ok Aber das Comeback am Ende war Premium eigentlich schon Das schon Also Alex Ey ich werd ja von Ich werd ja von drei Kanälen gehostet Mensch Von dir von Rolli Du hostest mich Ich hab ich hab immer 3 Ich war immer 3 0 in Führung wo es 2 0 in Führung wo es dann in die Matchball ging Da hab ich verloren Bis er dann 3 2 gewonnen hat Ja Du hostest mich Äh du hostest du Alex Ja ich hab auch den Host drin Achso ich auch Sprichst du bald wann sie online geht dann Äh Wird von mir gehostet Äh Also bei Bytes du hostest mich nicht Achso ich hab auch Ich hoste noch Rolli Also dir Rolli und Zwecky Gaming Du mich gerade Doch Zwecky Gaming Ja klar das bist du ja Du Alex was jetzt Machst du Schäschach oder nicht Guck doch was ich online bin Den 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 Rainbow 6C Boah jetzt kommt so Jetzt kommt sie so Euro Ne halt Euro Schock Oh Warum wollte ich mir Jack Noir aus Ich muss ihn erstmal installieren Kann Ungefähr 3 Minuten dauern Oha halt So lang Ja tut mir leid Ging nicht schneller Alter Scheiße man das kostet mich 590 MB Twitch Jetzt bin ich mal gespannt Genau wo der Reich Äh erfolgreich Volkreich Ähm Tch 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 Wie lange haben wir das nie während gespielt was ist denn das also schon kennen aber ich soll da ist die zwei witzige umfrage warum nennt man warum nennt man sein channel eigentlich full hd shisha baum wo ist die full hd shisha da was perfekt zu berliner handplantagen und oben ist noch feiers senpai's dünnerbude und dann noch ein bisschen weiter oben ist das assassine skills shisha ba ne der ist die penetrationsecke was die penetrationsecke ich auch noch wie lange holt es noch bei dir ja schon fertig naja dann komm zeich jungen alter können die mal aufhören hier zu spammen äh kann man jemand was im chat reinschreiben in twitch great twitch jo danke als ob niemand das coole eichhörnchen nimmt man warte ich bin mal kurz weg ja seit wann habe ich pyramide metallfabrik das ist meine das ist meine das ist meine wir müssen jetzt nur noch auf beidchen warten bei irgendwie sowas verlernt man echt nicht wo doch obwohl ich kann schon konnte schon vorher nicht spielen also also von daher ja gut das ja das hat's nicht so im griff upstairs dancing dancing ich kann nochmal tanzen mit r mit r drück mal r r du lsdm 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 ach so er ist noches gestorben fang n 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 m control basic musik hom oper m n n we und die begründung hat dann kannst du auch blitzen nehmen also tut bei karten dann rumspacken oder auch nicht warum man ja bei tschets doch da unten jetzt muss man extra einen Totspring hast du nicht ich bin da so steht was Twitch Votes das habe ich jetzt eingeschwitscht ich habe das jetzt eingestellt du kannst hier irgendwelche Votes machen ich weiß nicht was das ist wie soll man das jetzt holen das geht doch das geht ja ich müsste mal eins weiter vorne machen ja Schlagwort bei Party Box House ja ich hab's und für wen war runtergefallen für mich das Schlagwort bei Party Box jawoll komm du kriegst es auch noch ja Manni was ist das ich weiß es nicht du kannst irgendwie ja hier war mal ich mach dich ich Twitch-Shower boten die Blöcke in der Party Box indem sie dein Twitch Chat mit dem Spiel verbinden lol du kannst das irgendwie bei Escape und dann zur Seite gehen und dann kannst du einstellen wie gesagt ich weiß nicht was das so bedeuten hat ich glaube so ist es eigentlich ganz nervig ich glaube so ist es nicht ich habe die Errungenschaft die Quelle Reihe nein ich habe die Errungenschaft die JVA-Reihe errungen ja sicher sicher okay nicht das hat sich gerade aufgehangen aber doppelt klickt haben so ist es nicht so eine chance ist boah ne feilmaschine geil wer votet eigentlich bald ja sie schön kannst du voten was hier geil ist oder was ja für das was auf der fallmaschine auf der fallmaschine war ein twitch zeichen was sind wir da reingekommen oder was nein nicht bei uns mit freundlichen grüßen und muss nur auf die seite gehen da stehen alle sachen ein teleporter auf du kannst mit wer ist die kannst du auch so bewegen das fenster schließen loginator es ist ein artikel mit freundlicher genehmigung von hallo loginator daten teleporter ja so schlau muss man wirklich mal sein ich habe das so ewigkeit nicht mehr gespielt gehabt ich weiß gar nicht wie lange das wirklich her ist seitdem ich das gespielt habe artikel mit freundlicher genehmigung ach so weil die das dann voten kriegen wir den dann oder was nein was rieberkong hallo du bist auch wieder da ich bin kurz am fenster schmachkurtes fenster zu der schwarze loch ist eigentlich gar nicht so stärkste finde ich echt ich finde es voll ok alter echt jetzt da was nein alter nein oh da hat mich jemand abonniert ich habe es leider nicht gesehen ich hoffe das geht wieder runter sonst muss ich das gleich umstellen also das schon drei zuschauer logidator du hast mir abonniert das ist ziemlich komisch was mit meinen mit meinen anzeigen los ist wir hätten mal öfters dinge woher ich mir checken was suchen soll warum das ja auch noch der schweig war heute früh am geilsten ja mach es noch einfacher ok ok ihr seid beide abgeschmiert dann muss ich es mir nicht aber meistens schwer wer ist die feine schweißer ach das schlimmste ist erstmal rüber zu kommen gar nicht mehr so schlecht so ein bisschen beeiglich ach hier Stachelball hat zwei Wurz schon drei Wurz wurden insgesamt einer für den Teleporter zwei für Dings ja ja jetzt hat er es noch geschafft ich habe es geschafft Luki Nato hat mich voller alter Verweiter wollte sie mich alle verarschen ja Junge hä äh 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 man kommt da so oder so rein egal wer diese Stachelkugel platziert hat lol ich weiß ich weiß das Portal hat mich da hochgeschneudert nein ich bin jetzt der einzigste der ins Ziel gekommen ist man ist euch mal anstrengend hier drei Münzen danke okay ach komm der hat mich von von mit ach halt da kommt eh keiner hoch also was platzierst du da deine Münzen oh fünf Leute schauen sogar schon zu servus Leute servus an all die jetzt dazu gucken man kommt da doch gar nicht rein ok ok krass luffig Mäusen 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 oh Gott Alter ey Leute es tut mir leid wir sind einfach viel zu dem hier wir müssen uns einfach mal wieder konzentrieren hier auf das ganze zocken ähh aber niemand mit ner Gange von das geile ist ja ich brauche gar nicht mal rüber gucken auf auf meinen zweiten Bildschirm um zu gucken was eigentlich geschrieben wird sondern ich brauche einfach nur oben in dieses viergegen Kasten gucken da wird mir das ganze Twitch-Chat angezeigt ja bei uns ne ja bei uns ne das ist PartyBox und Hors weh wer hat denn da so ein Kind bekommen alter dein Bruder hände mal auf herum zu lachen was weiter hat sie man AAH SHEI-E wie kann ich denn Oatly man sie macht den sound ein bisschen lauter ich soll den sound leiser lauter machen ja das schwarze loch schickt ich nach afrika hier kann ich das machen ich habe eine nuke ich habe eine nuke ah rolli du hast teleporter gewählt ja warte mal warum ist rolli im stream obwohl er rainbow spielt ja das ist natürlich die gute frage nicht wahr ja sicher wenn man auf das auf dessen tür springt ja und jetzt jetzt kommst du mich ins schwarze loch jetzt will ich sehen wie das du durch kommst ne ne ich nicht ja was will ich sehen scheiße trotzdem wirst du sterben 100% krasser motherfucker du wirst sowas für ein sterben zeig's auch alter wie scheiße war das es sind drei teleporter drei teleporter ach du meinst alles lauter machen ach du meinst alles lauter machen ach ne dann sag's doch gleich dann mach ich das nämlich hier drüben geht das nie wie einfach im hintergrund musik läuft chicken ist am lautesten ich glaube teamspeak kann ich noch ein bisschen hoch regeln so hey 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 los ach sorry nicht das jugendfreie zeug es sind vier teleporter in den votes hörst du mal auf mit teleporter die wendere am ende von mir gesprengt also sie irgendwas fragezeichen nein nein hat keins dann nehmen wir aber nicht mehr immer denn wir können überall was an jeder was anderes nehmen dann zufass generatoren machen weit nimm mal was oh leute dommelwirbel was für gröbel genommen echt jetzt so oh das ist schon bald windmühle obwohl er vielleicht ein teleporter am Anfang gar nicht mal ganz so schlecht auch vier teleporter eine Auswahl einer ist das Ergebnis äh 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 ah da gibt es die genehmigung achso wer das alles gebotet hat das ist natürlich auch nicht schlecht ja ich finde das eigentlich ich finde das eigentlich richtig geil mit den worten man kommt ja eh nie hoch aber bald kann es sich so umbringen das ist eigentlich scheißegal wie du dich jetzt umbringst da hier fünf leute ey wir waren heute früh 10 also kommt schreckt euch mal an schreckt euch mal an hier ist bewusst dass ein teleporter unten in dieser ja ja ich weiß ich weiß aber der sein könnte es sich früher wähler als du das ist nicht aktiv ja da hat es geschafft und besser für das element rausfliegt dann gibt es bitte ein vot auf äh 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 man kann trotzdem hoch das äh wenn das noch nie sichtbar ist nefarious wer ist jetzt hä wer ist drin ich weiß es nicht ich nicht hallo du du bring dich einfach um das bringt eh nisch wir müssen jetzt irgendwie mal hoch kommen äh wir leuchten das streamen gerade weil ich habe angeblich 93% verloren in frames und luca ich kann mich schön dafür luca zwei stück lang ja hä bei то ihr getroffen bei mir bei es auch tot also irgendwie habe ich das gefühl es wollen alle uns viel sehr einfach du kommst doch hoch ja ich weiß man muss darüber springen aber ich meine da oben bei der treppe ja klar lobby du darfst ganz ganz gerne mit spielen kannst du auf den t es mitkommen ich bin oben ein auf der welt hat sogar falle bekommen habt ihr auch noch die box ja weil ich noch die riesenrad map los leute alles voller riesenräte überhaupt nicht der ganzen auf diese fabrik daneben können warum dann die stress und riesen retten hallo weg bei enemy du schwebst bei mir so ein shooter das aber ein riesenrad ja ich weiß also schwebst schwebst über den riesenrad rüber ja ich verpenetriert von hinten gehe ich habe schon immer fallen punkte ich würde mal sagen das spiel sagen kommen ich würde sagen das spiel sagt uns wir sind zu schwer es ist uns zu schwer das ist den kaputt gemacht es ist überhaupt möglich seine anfang an rechts funktioniert das ja das funktioniert ach wir sind jetzt und gespawnt ja weil ich das obere und den dober und teleporte kaputt gemacht oh gott riesenrad party alter wir geben ihm auch hier rechts oben alter ihr wollt uns wohl mit riesenrädern zu ballern oder ja du musst warten bis das ziel kommt das ist hier erst aber wir hatten heute früh das sehe ich gerade ins kühlt mit drei stunden 12 und ein mit einer stunde zwei freunds der ets war eine 36 und jetzt mal schon wieder bei 27 minuten allein nur heute ich hab einfach die falsche figur jetzt gewinnig ja klar derzeit fährt was ich will mal Pyramiden spielen und was wird gewählt aber schon wieder bei ja sicher alter es wird so dämlich aber ich dachte ich leute du musst mir einfach nachschauen ich gebe ein stier ähm ja wir machen die rund immer ganz schnell also Anderman gewinnt sowieso jetzt die ganze zeit wir kriegen sowieso nur die riesnräder also nicht du vor uns ja irgendwann mal aber ja Die ganze Zeit hier sind Riesenräder. Geh mal, hör auf! Also ich bin mal der Meinung, man könnte mal die... Hör mal auf mit deinen Riesenrädern, Junge. Nur Hockey-Schießmaschinen. Hör auf mit den Riesenrädern, aber du nimmst selber die Riesenräder. Ja, warum noch nicht? Alter! Ah, das war was anderes. Rad des Todes! Ach, das Ding! Machen wir einfach ausweichen. Erster! Nein! Boah, hast du Schweine! Ah, scheiße! Hast du Schweine, Alter! Ich wollte eigentlich hier mit den Dings reingehen. Ja, wir haben ein Rad des Todes! Ich drehe die Mühle! Oh, Lupe! Nooo! Uuuu! War schon wieder! Oh, wir hatten jetzt angefangen die DR zu zocken. Ich bin glaube ich, du kannst mir nachjoinen. Okay. Jo, Leute! 3-0! Was mach' ich los? Äh, Manzi! Nee! Muss mich dran sein! Malte! 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 Kommst du nicht rein oder was? Nö! Ich hab eine Zone schon. Wasserfall! Oh, Wasser! Ich bin nicht rein! Ah! Geh runter da! Nein! Nein! Hä? Gehen sie, gehen sie der Witze runter! Ah, wir sind komplett! Hallo, Lupe! Da war's schwer! Oh! Wasserfall! Da gibt's was! Leute, ich hab vorhin grad 4 Kids mit 2 AP gemacht! Nicht schlecht! Also, wir haben jetzt einmal Teleporter, einmal Hockey Schießmaschine und eine Drehbüde! Ja, du hast das Spiel schon mal gespielt! Ja! Einmal mit Manzi! Ja, stimmt! Einmal eine Aufnahme, glaube ich sogar! Ja! Das ist doch mit Enderman! Mit Enderman! Einmal mal! Wir haben jetzt 2 Drehbüde! Lopek! Ja, komm! Jetzt müssen wir wieder einen Totspringen! Ja, komm! Jetzt müssen wir wieder einen Totspringen! Geil! So muss es sein! So, wer ist eigentlich noch da? Alle, die jetzt grad noch da sind, einfach mal einen Punkt schreiben! Ja, ich spür! Ja, wie kann schon wieder Richtungen ändern! Äh, ja genau! Ja, blöd! Warum auch nicht! Ja! Nein! Ich rüber gesprungen! Ja! Man kommt nicht durch! Manzi! Sie hat einfach! Ich warte! Das ist ein alter Stier! Ja, trotzdem könnten wir ja hochkommen! Nein! Man kommt hoch! Das ist doch ein alter Stier! Man kommt hoch! Man kann sich irgendwann die dritten Feder oben zum Fall schicken! Nein! Aber trotzdem kann man hoch springen! Kommt trotzdem durch! Ja! Möglich! Alter, wie habt ihr die gesehen, wie ich gestorben bin? Ja, so wie du im Echten dem bist. Dem nicht. Genau, hast du richtig erfahren. Ey, das war nicht geplant, das muss man so setzen, also. Ja, komm, bald. Fuck, Mann. Was? Oh, was? Ey, jetzt kann man... Ich kann das Spiel nicht, warum hab ich das Spiel? So, was gab's jetzt? Wieso kommt da nichts raus? Und was ist in der Kiste? Das war jetzt in der Kiste. Es rappelt in der Kiste. Mann, es rappelt im Karton. Hast du es schon entdeckt? Es ist ne... Sensation. Es rappelt im Karton. TONG, 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 TONG. Ich war's. Nein, ich war's. Nein. Hacker. Glockig hacked. Komm mit dir baden. Das ist ne Tür. Was ist ne Tür? Wer hat ne Tür da hinten? Endlich mal geschafft. Die Tür verwirrt mich. Wow. Warum gehst du da hoch? Ich hab' eigentlich gewartet, bis das Ding geschossen hat, damit ich da durchrennen kann. Ich find das eigentlich recht lustig mit dem Wählen. Ja. Ah. Oh, Swaggy Gaming. Ja. Ja. Ja, Loppig. Ist bewusst, dass du nicht erster bist, ne? Ja. Und bald ist der Underdog. Gut, play so back. Oh. Geil. Pfff. Wer hat die Scheiß Tür das hingebaut? So was er weiß. Ich hab die andere Tür gebaut. Oh. Oh. Oh, komm. Dann krieg ich nicht mal die Scheiß Münze, Mann. Was? Ja, viel Spaß, Mann. Nein! Was? Ne! Sonst sollte ich vielleicht irgendwann mal die Springkopf in den Mund sein. Ja, wäre eine gute Möglichkeit. Okay, Enderman hat gewonnen. Ne, ich bin noch dieses Hockey-Ding, der... Gibt's noch? Ja. Ach so. Ja. Perfekt. Wer hat gewonnen? Ne, warte mal. Oh, er darf nicht mehr ins Ziel kommen. Ey, es gibt doch noch Fallenpunkte. Nee. Ein Zieg Ez faze. Ja, kaputt. 's denn damit machen wir noch ein. Ja, mach das noch einfacher. Davon Unbelievable... Ich bin ein Gummibär. ... ich bin ein Gummigummigummigummigummig ruler. Ihr braucht wirklich nur noch einen Fallenpunkten du hast gewonnen Er ist gerade die Bombe verpackt Die ist nicht geklappt Endlich Komm ins Ziel Ich will ja nichts sagen Bring ich bring ich bring ich Ah zu früh Das sorry war leck Eagle spielt Shellshock Also ich würde mal sagen das Spiel würde uns irgendwie sagen wir kriegen das locker hin das Spiel oder? Glaub ich hab ich hab das Spiel gekauft also Tut mir leid Globhead Los Nuke Los Nein Ja das ist ja meine Absicht man soll es ja nicht schaffen Doch man kommt doch gut Bald schafft es Bald schafft es nicht Ja doch man könnte es schaffen Man kann es schaffen aber bald ist es wegen dem Honig Wegen dem Honig Ja So ich hab oben Der Teleporter hat keine Verbindung mehr Ja doch Ich hab die Verbindung gekappt Ja das war ne Tür die du gesprengt hast Ne aber Der hat schon seit Ja der hat schon seit dreieinhalb Jahren dort unten die Das Das Ding ja gekappt Dass du oben nicht mehr rauskommst Ja Boah jetzt Ihr habt das nicht gemerkt Ja doch aber ich wollte Ich hab bisher wollte Oh ja jetzt ist es unmöglich Ich will nicht 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 Entfernen Nehmt Nehmt Letzte Runde Für die letzte Runde bringt das nicht mehr Für mich lohnt sich das total Geil Du hast ja ziemlich groß aus Geil Liga Ähm Mach mit WHSD Ok Warte Gewonnen Easy Win Scheitspiel Boah Boah Bring ins Blaue Hä? 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 Was war das jetzt so? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich glaub du wärst sogar noch gestorben. Hä? Nee. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nö. Easy. 4-0. Wasserfall, Wasserfall, Wasserfall. Oh ne, Windmühle oder Wasserfall? Windmühle ist besser als Wasserfall. Und Metallfabrik auch. Oh, lass Metallfabrik, der war ich noch nie. Ihr Anfänger. Oh. Oh, drei, Windmühle. Wenn jetzt Pyramide kommt. Geil. Windmühle. Ah, okay, Windmühle. Da oben ist es. Los, Leute. Zwei Dinge. Los, Leute. Windräder voten. Nein, bloß keine Windräder mehr. Ja. Ja, willst du lieber langweilige Teleporter, oder was? Nee, irgendwas Gefährliches. Windräder sind mal so ungefähr. Fuck, scheiße. Scheiße, Nitro enden, lieber Mann. Damn. Fuck. Ja. Wir sind beide einfach daneben. Beide, ich hab ne Idee, wie wir mal hochkommen. Räuberleiter. Räuberleiter. Und. Allein, ich spring auf dich. Ah, scheiße. Ich will nicht. Ich hab Angst, warum sterben. Wir haben. Ah, nein. ein riesenrad dann das erste bekommen erlaub ich da oben ganz oben damit man die dritte kiste bekommt äh die zweite ganz oben das ist zu hoch sogar der kann sich da rübersetzen es ist sogar zu hoch auch scheiße ja leute hört mal auf dieses scheiß riesenrad zu wählen ein riesenrad ist geil alle machte diese scheißabstimmung aus außer johann dreihundert leute dazu da macht das etwas spaß diese wählen überlegen du hast du überlegt man du hast du ihn in streamer wo ja ein paar mehr leute zu gucken also 300 leute das riesenrad für alle grond zuschauer wählen das riesenrad ja nein nein was war das jetzt eigentlich was war das jetzt eigentlich ihr habt ein Ding im Süden gefunden ein teleporter der wundern sich drum nein keine riesenrad das ist ja irgendwo in der Höhle die ich hatte es wenn die animation anfängt importiert er auch wirklich dann mag ich auch nicht endlich mal erster kann weg man ja immer noch kann ich hab doch gerade ausgewählt ich glaube das ist egal ich will hier draufsetzen warte 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 weg ich glaube ich krieg den zöre portal weg mann ja ich krieg den weg das kotzt mich doch an ich hab mich selbst gekillt und ein riesenrat meins nein fancy wir haben beide einen riesen ich sehe mich mit so einer kleinen stange salat wow 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 alex wow ouais was hast du denn da was hast du denn da verdient Da hat mein Pett mich runtergezogen. Ne, keine Lust. Das sind mir zu viele Riesen-Rachtstellen. Kommt doch nicht rein. Da! Nein! Ja! I did it! Jetzt legt er da noch runter. Da steht am Rad. Ja! Ja! Bait! Noch ein Riesen-Racht. Nein! Jetzt krieg ich das Riesen-Racht nicht. Jetzt langsam, würde ich sagen. So langsam, mein Mausi. Da müsste man jetzt so eine Schelle in den Luke reinhauen oder so. Nein! Nein! Ich sehe dich! Nein! 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 Ich bin schon zu hoch. Also ist das Riesen-Racht da unten aus dem Gnossi gesetzt. Bei uns im Saum. Das hat mich erdrückt. Man muss nicht, wenn ich jetzt- Ja, die sind die. Man muss sich ducken am Typ. Und zieh- Jawoll der Peloporte ist nicht weg. Man sieht einfach nichts näher. AHHHH. Und dann wird man vom Ding an gebackt. Was hat mich hässlich gemacht! WTF? Wieso wir das machen? Wie viele Runden sind es noch? Ach, wir hatten eine scheiß Peloporte! Wir hatten einen scheiß Peloporte oben kaputt gemacht. So, erst mal ne fettchen Nuke da rein. Ja. Was? Was passiert hier? Wo bin ich? Oh, ich lebe. Oh, ich lebe. Und jetzt ist er tot. Oh, ich lebe. 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 Alter, der packt das noch. Wollen wir euch was sagen? Hacks, hacks. Wir haben fast 23 Uhr. Was? Loppig hacked. Loppig hacked. Das ist das erste Mal. Ja, wie oft falle ich jetzt bekommen hab. Oh, Riesenrad. Ja, endlich mein Riesenrad, Mann. Drei Riesenräder. Ja, mach rein. Warte, die Scheiße. Ich schaffe es. I did it. I did it. Oh, Mann, was schon. 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 Das ist der. Einfach rücken. Das ist die Lücke. Sie ist sehr dankbar. Ey, warte mal, wo wir raus. Mann, ich kann irgendwie nicht erdrückt werden. Das ist immer so unlogisch an dem Spiel. Ja. Doch, Riesenrad. Ja. Nein. Alex gewinnt. Der Alex gewinnt. das ist doch die riesenräder drin das ist so geil alter alex ja das wollte ich noch machen ich will die map dann eigentlich speichern ich wollte die maps so schön speichern lassen und die hochladen aber nein ihr macht natürlich alles wieder kaputt ich krieg mich nicht mal ein ich krieg mich nicht mal ein hat spaß gemacht metallfabrik überlegt euch jetzt mal das in der metallfabrik ja los leute windräder los leute riesenräder ich will jetzt sagen ja doch ein riesenrat ist schon da ja ganz ganz großes also ach ja zwei riesenräder sag mal creeper kennst du keinen den du jetzt in die runde einladen kannst der wie das ich hier gerne zuschauen möchte lol was war jetzt ist das für mich der hase der hase für mich geil nur durch mich ich glaube ich müsste dann aber alles haben also kommen noch sagen für euch ich du hast noch drei level ja mensch drei level 2000 kleidungsstücke gibt es nicht noch kleidungsstücke ja ja die 2000 kleidungsstücke noch wow so überspringen will niemand sehen doch erstmal zwei windräder am start die Auswahl erstmal fettes windrad in die Mitte als er beizert hat auf sie gewartet als er beizert hat auf sie gewartet als er beizert hat auf sie gewartet hat niemand gesehen also ich hab's nicht gesehen also ich hab's nicht gesehen Mann zieh Mann zieh Mann zieh Mann zieh Post Morten nein Mann zieh Mann zieh hat dieses Killwin gemacht da ich bin ein Noob ja bei das bist du mir schon seitdem du geboren bist ich bin einfach beim Vater Autopsie du hast Autopsie gemacht nächstes Energy nein das ist wenn du stirbst aber trotzdem ins Ziel kommst das nennt man Autopsie nein erst nächstes Energy hey Leute Motorfahrtverschüsse machen nein Autopsie ist das wenn man macht wenn man tot ist und dann der Gerichtsmediziner einen Aufstieg das ist Autopsie ja eigentlich schon hast du ne Ananas du mit ne Ananas ich hab grad Hunger bekommen Dankeschön ananas ein Alex jawoll das sind zwei Leute die hier vielleicht dabei kund zerstören die Junge er kommen lasst doch ne eine sich dadurch manchmal bringt das dann bis auf immer am Ziel aber diesmal klappt es wohl nicht ich mach das ist alles mit strategie ja 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 ich habe keinen riesenrat bekommen ich habe sogar zwei also leute mein sack juckt wer kommt mich kraulen war es mein beidachtssack ja ich auch manche packen sich auch durch so wie du du brauchst du bloß meine aufnahmen gucken du brauchst du meine aufnahme gucken wenn er eine chance geben so jetzt ist natürlich die frage wer sieht hier noch durch da erstmal alles mit strategie klar nein man kann nicht zwischen zwei riesenrädern zerdrückt werden das funktioniert glaube ich nicht man kann nicht ich würde nie zerdrückt lol das sah komisch aus grad bei dir ja ich bin ja das sieht komisch aus dort unten ja bei mir schwebt sich die blöden du meinst das montagne ja ja ich habe mich immer von riesenrädern nicht immer wieder weggefallen und über deinen kippen ach nein jetzt war ich zu spät ja komm ich frage mich ob ob das überhaupt noch mal ist kommt nicht mehr durch doch man kommt nicht mehr wenn ich auf einen wegen und durch dich einfach so wie ich es gemacht wenn ich auf das eine was das alleine ist warte 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 und dann spring auf das Holz teilholen was ist denn nicht dass ich es geschafft habe videos es ist das kontrolle eigentlich ausgebild er stirbt ja noch ja nein diese falle das riesengraben gerade kam zu spät die voting leute macht einen nuke ich brauche einen nuke nein lass das bloß ich will das ganze dann hochladen diesen nuke ich will das ganze hochladen und wenn ihr es schafft kriegt millionen von mir das ist doch gar keine 1 millionen bots nein was ey Alex schwebt bei mir durch die luft nein nein sie hat mich durch den Boden gemacht hier zwischen 2 du brauchst meine Aufnahmen nur angucken da denkst du dir was das hier alles schicken äh äh Lupig verliert Lupig verliert Lupig verliert Lupig verliert Lupig verliert er verliert wie geil ist das denn zu viel Druck auf meinen Schultern noch mehr ich will doch zielweg springen ja hei Gripa tut sofort wieder im Spiel es ist viel zu einfach ihr sollt auch mal Punkte bekommen ja was nicht so einfach mehr Riesenräder oder jetzt nicht mal ein Faschuss waffen oh Gott oh ja nicht durch weit verlieren mehr Nukes mehr Nukes Riesenräder Riesenräder Nukes 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 Riesenräder 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 mehr Fallen entwerfen oh ja noch mehr Fallen und reinbauen oh ich bin schon tot was aaaaa wer lädt noch ne keiner nein ich muss ins Ziel kommen bei Runden nein keine Nukes jawoll das wird ja viel zu langweilig viel zu langweilig viel zu langweilig ne 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 letzte Runde wir alles entscheiden dich der ist von der left side ja Riesenrad kam jetzt bisschen spät oh 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 하ff刀 h Zitat Nukes wir haben wir haben schon wieder eine stunde ultimate chicken ausgespielt eine runde machen wir noch einstellen das wird einzustellen die die das fluchen wir sind immer was anderes wer ist raus da ist ein drone rechts nein 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 ja wo bist warum steht bei dir drücke A ich meine es kann halt mal ich will mal den Hasen bei mir steht dann auf der zweiten Position drücke A so das ist A also bald bist du bereit wie wenn jemand ist nicht da ja bist du überhaupt noch ein bisschen wieder ja bald ist draußen oder ja jetzt über eine runde ohne bald ne bald ist da hä äh der Maus Bugs doch wer ist sie ich 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 hab das riesen die Opfer ah nein in dem gesetzt ist der Metallhausen und er ist einfach runter gejuckt ah ich bin einfach so runter gejuckt Wahnsinn der das sie 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 schief die Leute der Hockey Schrägerin und was gibt's und was gibt's ja weil ich kann das ist nur für euch das Maschinen ist wegen Dankeschön du Abwixer was ich weiß nicht was das für ein Kunde ist der macht nur scheiß mir tut alles weh mir tut alles weh die sollen sauer sein steht drauf bin ich mal gespannt ich mag keine sauren Sachen ja grad wo ich sitzen wollte rück mal alle eher was ist er die Taste und dann wissen wir es nicht tanzen ist mehr tanzen ja ehrlich dieser scheiß Kleber doch 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 die Farbenkleber hä ich lebe ja 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 ist das sauer boah ich beherrsche scheiße das ist nicht gut für mein Sudbrennen das ist nicht gut für mein Sudbrennen ich bin drüber geschwungen ich bin drüber geschwungen ok dann bye bye bis moin vielleicht mal gucken oh ist das sauer ja das habe ich dahin geplatziert weiße ich glaube Endermine hat heimlich ein bisschen gezügt äh gezügt äh ich hab grad mal vier Stunden warte warte ich schau mal kurz nach wie viele Spielstunden ich hab ich sehs grad nicht sag ich später aber welche das Kombination war das dann äh ich habe sieben Stunden insgesamt oh du hast ja sogar mehr gezockt als ich das Spiel warum hab ich das gemacht weil du es kannst weil du es kannst oder ne weil du es kannst ja 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 ich würde dir empfehlen rechts zu sein in der Mitte rechts achso nicht das rechts ja doch man klebt wirklich fest man sie hat ja schon recht doch ja 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 wenn du die warte wir haben das war das jetzt die Wesen alles man kommt einmal kommt natürlich hallo das bald überlegt hat wie es macht Ist das vielleicht schon auf oder was? Nee. Okay.